. . . . Jetzt mach da nochmal mit Superkoppel einfach. . Ja, nochmal hoch, kommen wir nicht. Nee, nee, nee. Wir wollen ja nicht die Sache übertreiben. . Mach doch mal ein 8-Fuß dazu, ein gedeckten 8-Fuß. Dann hört man das immer besser. . Das hebt sich jetzt irgendwie besser ab. Das ist ganz ulkig. Das Saxophon 16-Fuß. . . . Rechts neben dem Tremolo sieht man die Orchesterglocken mit den Metallplatten. Spielst du mal was, Anna, ja? . 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 eine wahre Freude.